Ein kleines, achtjähriges Mädchen hörte, wie ihre Eltern über ihren Bruder sprachen. Alles, was sie verstand, war, dass er krank war und dass die Familie kein Geld hatte. Sie mussten sogar umziehen, denn sie konnten sich ihre Wohnung wegen all der teuren Arztrechnungen nicht mehr leisten. Nur eine sehr kostspielige Operation könnte ihren Bruder Andrew retten. Aber die Familie kannte niemanden, der ihnen das Geld hätte leihen können. Als sie ihren Vater hörte, wie er leise und verzweifelt ihrer weinenden Mutter zuflüsterte, jetzt kann uns nur noch ein Wunder helfen. Lief die Kleine in ihr Zimmer und zog aus einem geheimen Versteck in ihrem Kleiderschrank ein Glas, in dem sie ihr Taschengeld sparte. Sie kippte es aus, setzte sich auf den Boden und zählte alles ganz genau. Dann gab sie die Pfennige zurück ins Glas, drückte es fest an sich, stahl sich aus der Hintertür und lief den weiten Weg zur Apotheke. Dort angekommen, zog sie zehn Pfennig aus ihrem Glas und legte sie auf den Verkaufstresen. Was möchtest du denn kaufen? fragte der Apotheker. Ich möchte etwas für meinen Bruder Andrew kaufen, sagte sie. Er ist sehr krank und ich möchte ein Wunder kaufen, bitte. Verzeihung, sagte der Apotheker. Sein Name ist Andrew und er hat etwas Böses, was in seinem Kopf wächst und mein Papi sagt, dass nur ein Wunder ihn retten kann. Also, wie viel kostet ein Wunder? Wir verkaufen hier keine Wunder, tut mir leid, Kleines, erwiderte der Apotheker und lächelte mitfühlend. Hör mal, sagte sie. Ich hab das Geld, um dafür zu bezahlen und wenn das nicht genug ist, kann ich losgehen und versuchen, mehr aufzutreiben. Also sag mir einfach, wie viel es kostet. Ein sehr fein gekleideter Herr hatte die Unterhaltung der beiden mit angehört. Er beugte sich zu ihr runter und fragte, Welche Art von Wunder braucht dein Bruder denn? Ich weiß nicht, sagte sie und schlug die Augen nieder. Er ist echt krank und meine Mama sagt, er muss operiert werden, aber Papi kann das nicht bezahlen. Also habe ich meine Ersparnisse mitgebracht. Wie viel hast du? fragte der Mann. Eine Mark und elf Pfennig, aber ich kann mehr besorgen, antwortete sie kaum hörbar. Was für ein Zufall, sagte der gut gekleidete Herr. Eine Mark und elf Pfennige ist genau der Preis, den ein Wunder kostet, welches kleine Brüder rettet. Er nahm ihr Geld in die eine und die kleine an die andere Hand und sagte, Zeig mir, wo ihr wohnt. Ich möchte deinen Bruder und deine Eltern kennenlernen. Lass uns gucken, ob ich die Art von Wunder habe, die ihr braucht. Dieser gut gekleidete Herr war Dr. Carlton Armstrong, ein Chirurg, spezialisiert in Neurochirurgie. Die Operation verlief problemlos und es dauerte nicht lange, bis Andrew genesen und wieder zu Hause bei seiner Familie war. Diese OP, flüsterte die Mutter, ist ein echtes Wunder. Ich frage mich, was sie gekostet hätte. Das kleine Mädchen lächelte. Sie wusste genau, wie viel ein Wunder kostete. Eine Mark, Elf Pfennige und das Vertrauen eines Kindes. Hey und willkommen zurück zu meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Ich muss gestehen, ich bin überhaupt nicht fit heute. Ich habe mich bei einem persönlichen Coaching angesteckt mit Frühjahrserkältung. Die habe ich jetzt ein bisschen mit mir rumgeschleppt die letzten Tage. War alles halb so wild, aber müde bin ich. Ja. Super, super müde. Und ich hoffe, dass ich diese Folge trotzdem einigermaßen verständlich für dich hinbekommen und dass du trotzdem so viel wie möglich daraus mitnehmen kannst. Warum eigentlich Ayurveda? Ganz einfach. Mit dem Ayurveda kann man nicht nur heilen, sondern das Ayurveda lässt sich vor allem sehr gut dazu benutzen, den Körper nachhaltig zu stärken, wenn du gesund bist, deine Leistungsfähigkeit zu steigern und Krankheiten und Energieverlusten vorzubeugen. Vor allem aber macht es eine Sache sehr, sehr viel leichter. Das Gleichgewicht in Körper oder Geist wiederherzustellen. Denn da das Ayurveda alles als verbunden ansieht, also Körper und Geist, ist es möglich, mit ayurvedischen Methoden den Geist über den Körper zu heilen oder andersrum, den Körper über den Geist zu heilen. Und das ist ein Riesenvorteil. Denn so gibt es nicht nur den einen, sturen, geraden Weg, den du gehen musst, sondern in der Regel für jedes Problem sehr, sehr viele unterschiedliche Lösungsansätze, aus denen du dir dann den besten aussuchen kannst. Im Übrigen ist es unmöglich, ein Ungleichgewicht oder eine Erkrankung nur an einer Stelle zu haben. Das Ayurveda geht davon aus, und das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge dieser Staffel schon gesagt, wenn der Geist krank ist, ist auch der Körper krank. Und wenn der Körper krank ist, werden wir auch im Geist krank sein. Und in dieser Staffel geht es darum, dass du besser für dich erkennen lernst, wann was bei dir in Schieflage gerät und wie du auf körperlicher oder auf geistiger Ebene, je nachdem, was dir liegt, einfach gegensteuern kannst. Die letzte Folge war ziemlich vollgepackt mit Informationen. Und wahrscheinlich hast du nicht nur dich analysiert, sondern auch dein Umfeld und weißt jetzt ein bisschen besser, womit du es in dir selbst und auch mit anderen zu tun hast. Heute will ich mich noch einer anderen Komponente des Ayurveda widmen, die quasi auch zu den Basics gehört und die total wichtig ist, weil es diese eine Sache ist, die am Ende im Körper und natürlich auch im Geist dafür sorgt, dass Nährboden für Krankheiten, Ungleichgewichte entsteht. Und zwar Armer. Außerdem erfährst du von mir heute, welche Alltagshexes es gibt, die du ganz einfach umsetzen kannst und mit denen du dafür sorgst, dass dein Körper ein bisschen widerstandsfähiger wird, ein bisschen erfrischter wird, ein bisschen sauberer wird, innerlich quasi. und wie er widerstandsfähiger wird gegen Stress und gegen Erkrankungen beziehungsweise wie du deine Kräfte und deine Energie dauerhaft steigern kannst. Alles, was ich dir heute erzähle, solltest du auf gar keinen Fall sofort und perfekt umsetzen. Wenn ich Burnout in vier Worten beschreiben müsste, wäre es genau das. Alles sofort und perfekt. Also nimm Abstand davon. Extremismus ist nicht gut. Denn wenn wir irgendwas zu extrem machen, egal was es ist, wird irgendwas anderes immer auf der Strecke bleiben im Alltag. Und wenn du hier die Dinge zu schnell und zu viel angehst, wird wahrscheinlich einiges durcheinander kommen und die Motivation ziemlich schnell verloren gehen, die Sachen dann auch durchzuziehen. Und wenn du die Dinge zu schnell angehst, stattdessen such dir von den Dingen, die du heute hörst, das aus, was dir am einfachsten erscheint. Zieh es durch und erst dann such dir das nächste aus und so weiter und so weiter. Alles, was ich dir heute rausgesucht habe für den optimalen ayurvedischen Tagesablauf, sind Dinge, von denen ich beobachten konnte, dass sie gestressten und ausgebrannten Menschen am allerbesten geholfen haben. Aber bevor ich dazu komme, kommen wir jetzt erst mal zu Amar. Amar, 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 wer ist denn diese Amar? Ganz einfach. Amar ist das Wort, was man im Ayurveda für Abfall benutzen würde vielleicht. Amar ist etwas, was sich bildet im Körper, wenn die drei Elemente nicht im Gleichgewicht sind und wenn deswegen zum Beispiel die Verdauung oder die Durchblutung oder der Austausch von Gewebsflüssigkeiten oder so, also dein Körper, es fließt ja alles in deinem Körper und alles ist im ständigen Austausch, die Zellen erneuern sich ständig, dein Körper nimmt den ganzen Tag über Dinge auf, indem er einatmet oder indem du isst und naja, er gibt dir auch Sachen ab, du atmest aus, du schwitzt, du musst aufs Klo und so weiter und so fort. Und diese Prozesse laufen eigentlich so optimal, dass dein Körper alles, was er braucht, behält und an die Stellen schickt, wo er es braucht und dass er alles, was er nicht mehr braucht, auch wieder nach außen abgibt, wenn die Energien alle im Gleichgewicht sind. Das Gleiche geht natürlich auch für deine Psyche. Also alles, was gut für dich ist, behältst du im besten Fall. Alles, was nicht gut für dich ist, erkennst du im besten Fall und grenzt dich davon ab und lässt es los. Du siehst also, das Prinzip bei Körper und Geist ist eigentlich das gleiche. Arma funktioniert so ähnlich wie der Müll in deinem Auto. Also falls du einer von denen bist, die ab und zu vergessen, ein bisschen im Auto aufzuräumen. Du bist mit deinem Auto viel unterwegs, du hältst vielleicht irgendwo bei einem Drive-In ab und zu und isst in deinem Auto paar Burger oder hast Coffee to go dabei oder wie auch immer. Und normalerweise, wenn du willst, dass dein Auto sauber bleibt, dann wirst du immer, wenn du aussteigst, deine leeren Kaffeebecher oder deine leeren Verpackungen oder was auch immer mitnehmen. Du wirst vielleicht ab und zu staubsaugen in deinem Auto und naja, viele Leute putzen ihr Auto ja auch ab und zu. Im Umkehrschluss, wenn du das nicht machst, dann hast du wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit ein Auto, wo du auf der Rückbank nicht mehr sitzen kannst, weil dort die ganzen Papierreste liegen von den ganzen Bürgern, die du gegessen und dann aber nicht aufgeräumt hast. Es ist staubig, die Fußmatten sind schmutzig, naja. Ein klassisches, unaufgeräumtes Auto eben. Und in unserem Körper und in unserem Geist funktioniert es im Prinzip genauso. Also das, was für dein Auto die ganzen Krümel auf den Fußmatten sind und die leeren Kaffeebecher, die überall durch die Gegend rollen, vielleicht noch ein paar leere Plastikflaschen oder so, keine Ahnung. All die unaufgeräumten Sachen, die du aber eigentlich nicht mehr brauchst und die dann halt Platz wegnehmen in deinem Auto und vielleicht auch dafür sorgen, dass du dich nicht ganz so wohl fühlst, wenn du darin einsteigst, das ist, was eben auch in deinem Körper und deinem Geist passiert, wenn die Prozesse nicht regelmäßig und ungestört ablaufen können. Eine gute Methode, um zu erkennen, ob in deinem Körper die Prozesse alle im Gleichgewicht laufen und ob du Arme hast oder nicht, ist, deine Zunge mal kurz anzugucken. Im Idealfall ist deine Zunge rot oder rosa und nur ganz, ganz leicht weiß belegt. Und dieser Belag sollte sich eigentlich auch mit einer Zahnbürste oder einem Zungenschaber oder was auch immer abkratzen lassen. Wenn du jetzt vorm Spiegel stehst und siehst, dass deine Zunge total dick belegt ist, vielleicht sogar gelb oder braun oder lila oder dass sie so Einbuchtungen in der Seite hat oder fleckig wirkt oder so, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass du Arma, also Abfallstoffe eingelagert hast im Körper und es ist definitiv auch ein Indiz dafür, dass diese Abfallstoffe den normalen Ablauf, wie er sein sollte, behindern und dass deswegen nicht alles optimal genutzt werden kann beziehungsweise im Umkehrschluss auch, dass dein Körper nicht 100% der Energie in sich selber bilden kann, die er eigentlich bilden könnte, wenn er mehr Platz hätte ohne das Arma. Das Problem mit Arma ist folgendes. Wir leben ja eine ganze Weile und wenn Arma beginnt sich anzusammeln über Jahre oder Jahrzehnte, dann entstehen Krankheiten daraus, denn Arma lagert sich ab und zwar überall, je nachdem wo genau die Energie nicht so ausgeglichen ist, je nachdem wo es ein bisschen hängt sozusagen in den Körperprozessen, dort sammelt sich natürlich auch das meiste Arma, denn dort ist die Kraft des Körpers am geringsten, diese Abfallstoffe vernünftig wieder mit nach außen zu transportieren. Arma kann sich also ablagern im Darm genauso wie in deinen Nasenschleimhäuten, deinen Blutgefäßen, deinen Lymphgefäßen und so weiter und so fort. Und weil ich dich so früh in dieser Staffel noch nicht mit Informationen fluten will, lasse ich das jetzt erstmal so stehen. Denn ich glaube, das Arma-Konzept und warum Arma besser nicht im Körper sein sollte, hast du ganz gut verstanden. Ich komme jetzt lieber zu einem Tagesablauf, der dafür sorgt, dass das Arma, was du vielleicht im Körper hast, weggeschafft werden kann, der dein gesamtes System sowohl körperlich als auch geistig geschmeidig hält, sauber und ja, der das Ganze quasi noch ein bisschen ölt, damit du volle Energie hast und vor allem auch das Gefühl, dass dein Leben im Floh verläuft. Also los geht's! Hier kommt der optimale Tagesablauf mit den einfachsten ayurvedischen Alltags Hacks, die ich als sehr, sehr effektiv bei Stress und Ausgebrannt sein beobachten konnte. Als allererstes solltest du aufstehen, wenn du wach bist. Im Idealfall ist es spätestens um 6 Uhr. Hier ist schon der erste Punkt, an dem ich nochmal aufrufen will dazu, nicht zu extremistisch unterwegs zu sein. Ich persönlich zum Beispiel bin absolut kein Frühaufsteher und ja, also dass ich freiwillig um 6 Uhr aufstehe, ist sehr, sehr, sehr selten. Aber wichtig ist wirklich dieses direkte Aufstehen nach dem Wachwerden und eben nicht noch im Bett zu liegen und vor sich hin zu grübeln oder was auch immer, denn dann hast du schwerer über den Tag. Wir haben mehr Leichtigkeit im Körper, wenn wir direkt aus dem Bett springen und unseren Tag angehen, als wenn wir liegen bleiben und die schwere Einzug halten lassen. Und das ist vor allem für Erdtypen eine super, super wichtige Information. Denn Erdtypen sind der schwerste Körpertyp von allen, haben sowieso eine Tendenz, gerade wenn sie im Ungleichgewicht sind, sich sehr schwer und behäbig und unmotiviert zu fühlen. Und ja, während der Lufttyp hin und wieder sogar noch bisschen länger schlafen muss, weil er so schnell ausgezehrt ist, energetisch und so, und der Feuertyp da relativ flexibel ist, sollte der Erdtyp definitiv früh aufstehen und vor allem niemals lange im Bett vor sich hinkameln. Ein weiterer super, super effektiver und ganz, ganz wichtiger Alltags-Hack ist, dass du direkt nach dem Aufstehen ein großes Glas mit lauwarmen Wasser auf Ex trinkst. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es hört sich super eklig an, es ist auch zugegebenermaßen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das war es für mich am Anfang auch, aber es war auch eine der Sachen, die bei mir persönlich am schnellsten einen Effekt gezeigt haben und das ist auch was, was ich nicht nur von mir aus meinen frühen Ayurveda Zeiten kenne, sondern auch etwas, was ich im Laufe der Jahre bei vielen von Burnout Betroffenen sehr, sehr gut beobachten konnte. Warum dieses lauwarme Glas Wasser? Erstens, dein Körper erschrickt sich zu Tode, wenn du Sachen isst oder trinkst, die kalt sind. Und es kostet ihnen super viel Energie, denn dein Körper wird immer versuchen, das, was du isst und trinkst, auf eine Temperatur zu bringen, die ungefähr bei seiner eigenen Temperatur liegt, weil er die nun mal am besten verträgt. Und wenn du irgendwas trinkst oder isst, was super kalt ist, dann braucht dein Körper einfach eine Menge Energie, um das, was du eben getrunken oder gegessen hast, auf seine eigene Temperatur zu bringen. Mit diesem lauwarmen Wasserglas am Morgen machst es ihm also sehr einfach, denn du gibst ihm etwas in der Temperatur, die ihn gut bekommt und deswegen kann er das auch gleich benutzen und er wird es benutzen, denn deine Organe sind leer, du hast ja nachts nichts gegessen, das heißt, dein Magen und dein Darm sind frei und dein Körper wird dieses lauwarme Wasser einfach direkt durchlassen. Er wird nicht lange brauchen und es nicht lange im Magen behalten und das bedeutet, dieses warme Wasser rauscht einmal durch deine Organe, die ja leer sind, das heißt, ist es auch ungebremst und kann sich gut und schnell durch dich durch bewegen und es wäscht von innen die Schleimhäute in Magen und Darm. Das heißt, alles Armer, was sich dort festgesetzt hat oder zumindest ein Großteil davon kann so über den Lauf der Zeit gelockert und ausgeschwemmt werden. Das ist am Ende auch der Effekt, den wir haben wollen, denn eigentlich ist es so, dass dein Körper, wenn du abends gegessen hast, anfängt nochmal alles zu verdauen und dadurch, dass er nachts Zeit hat, weil du nachts ja schläfst und nichts isst, versucht er über Nacht sich zu reinigen und er wird auch immer versuchen alles über Nacht mit raus zu bringen, was er nicht mehr haben will. Normalerweise ist es ein Indiz dafür, dass bei uns alles okay ist, wenn wir morgens relativ zügig, nachdem wir aufgestanden sind, erstmal groß machen müssen, weil das uns zeigt, dass der Körper seine Prozesse ganz normal um die Runden bringt und normalerweise ist das auch das erste Anzeichen dafür, dass die Elemente eben nicht im Gleichgewicht sind, wenn das mit der Ausscheidung nicht mehr so richtig hinhaut und es ist schon so, dass du eigentlich mindestens einmal am Tag groß auf Toilette gehen solltest, normal und gesund wären eigentlich sogar zweimal. Also direkt aufstehen, ein Glas lauwarmes Wasser auf Ex trinken, damit die Toxine aus den Organen rausgespült werden und du direkt danach aufs Klo gehen kannst. Nachdem du auf der Toilette warst, gehst du zurück in deine Küche. Denn für den dritten Schritt brauchst du Öl. Das Öl, was du benutzt, obliegt dir. Du kannst dir das aussuchen. Ich persönlich würde Rapsöl oder Sonnenblumenöl für den Anfang empfehlen, weil es nicht ganz so geschmacksintensiv ist. Denn es geht um folgendes. Du hast dir ja gerade schon deine Zunge angeguckt und festgestellt, ob du Armer im Körper hast und vielleicht sogar ein bisschen Bauchgefühl dafür bekommen, wie viel Armer du im Körper hast. Die Zunge eignet sich deswegen so gut, weil unser Körper über Nacht die ganzen Bakterien und alles, was eigentlich nicht da sein sollte, mit nach oben in die Mundhülle transportiert. Die setzen sich dann da ab, in der Zunge und auf dem Zahnfleisch und in Zwischenräumen und so weiter. Und was wir im Ayurveda machen, ist also so ein kleines Schnapsgläschen voll Öl in den Mund zu nehmen und dieses Öl dann für mindestens 10 Minuten, besser noch 15, im Mund hin und her zu bewegen, wie wenn du nach dem Zähneputzen mit Wasser deinen Mund ausspüren willst. Genauso wie das lauwarme Wasserglas ist das mit dem Öl auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist unfassbar effektiv. Und es ist übrigens auch eine Methode, die wir im Krankenhaus und auch in Alten Pflegeheimen anwenden, bei Menschen, deren Zähne man nicht mehr putzen kann oder wo die Mundpflege schwierig ist, weil sie im Koma liegen oder so. Die spüren dann natürlich nicht selber ihren Mund mit dem Öl, sondern da gibt es dann so Stäbchen, mit denen man das macht. Aber wie gesagt, das ist ihren Weg sogar schon in unsere sonst so sture und weniger aufgeschlossene Schulmedizin gebahnt hat. Das Öl bewirkt, dass diese ganzen Abfallstoffe und Bakterien und so weiter und so fort auch aus den schmalsten Zahnzwischenräumen und auch aus den Knospen auf der Zunge rausgezogen werden. Außerdem stärkt es das Zahnfleisch und die Schleimhäute allgemein und die Zunge. Ich selber mache das tatsächlich jeden Morgen seit vielen vielen Jahren und habe ich glaube auch seit acht Jahren nicht mehr zur Zahnreinigung gehen müssen, weil einfach keine Belege und kein Zahnstein mehr entsteht bei mir. Das ist sicherlich eine Typsache, aber ich muss gestehen, ich habe auch noch einen Laster. Ich rauche. Nicht viel und schon gar nicht stark, aber ohne Ölziehen würde sich das trotzdem an meiner Zahnfarbe definitiv bemerkbar machen. Okay, also, du hast das Ölziehen gemacht, du spuckst das Öl am besten in den Mülleimer und danach geht es Zähneputzen. Meine ganz persönliche Empfehlung und das hat auch nichts mit dem Ayurveda zu tun, ist eine elektrische Zahnbürste mit Ultraschall, weil die das Ganze einfach noch perfekt ergänzt. Und du wirst auch direkt, nachdem du das das erste Mal probiert hast, merken, dass deine Zähne nach dem Zähneputzen super glatt und sauber sind. Allgemein dass dein Mund sich sehr sauber anfühlt. Wichtig ist hier natürlich, wenn du schon Ölziehen machst, um die ganzen Keime und Bakterien, die sich über Nacht im Mund abgelagert haben, rauszuholen, dann ist es sinnvoll, wenn du auch deine Zunge mitputzt. Das ist eigentlich super super wichtig und viele Leute machen das nicht, weil sie es für unnötig halten, aber deine Zunge ist weich und sie hat Poren und dieser angelöste Belag und die Keime und so weiter, die sitzen da relativ tief drin. Und das heißt, wenn du die schon angelöst hast mit dem Öl, dann sollte es eigentlich ein leichtes sein, den Rest mit der Zahnbürste oder vielleicht sogar einem Zungenschaber zu entfernen. Fix aufstehen, warmes Wasserglas und Öl ziehen und natürlich groß aufs Klo gehen und du hast den ersten Teil des Tages geschafft. Nach so wenigen Minuten und mit diesen Kleinigkeiten ist dein Körper nämlich einmal von innen komplett und natürlich gereinigt. So, nach diesen ersten Minuten ist es empfehlenswert, wenn du als nächstes einer ruhigen Tätigkeit nachgehst. Das muss nicht lange sein, ich mache das jeden Morgen für 5, 10, 20 Minuten. Ja, Hauptsache es tut dir gut und es ist was, was dich entspannt. Das ist ganz, ganz wichtig. Dazu habe ich aber auch schon in der ersten Staffel relativ viel erzählt, was so Tagesabläufe angeht und was für Sachen man sich raussuchen sollte, wenn man sich eben in bestimmten Stimmungen und Situationen wiederfindet. Nachdem du deinen Yoga, deine Dehnungsübungen oder was auch immer gemacht hast für 10, 15 Minuten, kommt endlich, endlich dein wohlverdienter Kaffee. Und mit dem solltest du dich hinsetzen und dich nochmal ein paar Minuten mindestens gedanklich auf den Tag einstimmen. Abchecken, wie es dir heute geht. Was du für ein Bauchgefühl hast, wie viel Energie du heute insgesamt so zur Verfügung hast. Ob das heute ein Tag ist, an dem du super leistungsfähig bist, oder ob es vielleicht eher ein Tag ist, wo es sinnvoll ist, sich nicht zu viel aufzuhalsen und von vornherein alles ein bisschen ruhiger anzugehen. jetzt kann den Tag starten. Dein Körper ist wach, dein Geist ist ruhig, deine Konzentration so gut wie möglich und ja, vielleicht musst du erst mal auf Arbeit fahren, vielleicht fährst du später erst auf Arbeit, das weiß ich nicht. Aber der nächste Punkt auf meiner Liste ist dein Frühstück. Eine ideale Frühstückszeit ist zwischen 8 und 9 Uhr. Hier gibt es natürlich Ausnahmen, zum Beispiel wenn du um 4 Uhr anfängst zu arbeiten, dann kannst du nicht 4 Stunden mit leerem Magen dasitzen, das wäre auf jeden Fall auch nicht ayurvedisch wertvoll. Dann musst du halt um 7 essen, dann ist das so. Aber ideal für alle drei Körpertypen wäre zwischen 8 und 9. Hier komme ich schon wieder zurück auf das Arma. Denn wie viel Arma in deinem Körper entsteht und auch wie schnell oder wie gut das wieder abtransportiert werden kann, hängt im Wesentlichen von deinem Essverhalten ab. Deine Verdauung, die das Arma auch mit verbrennt und mit abtransportiert, wenn alles gut läuft, die kommt nämlich erst ab 8, 9 Uhr in Gang. Deswegen sollte das Frühstück auch nicht zu schwer sein, sondern eher ein vollwertiger, leichter Snack. Und nach dem Frühstück sollten mindestens zwei Stunden Pause sein, bis zur nächsten Mahlzeit. Denn hier macht der Körper das, was er nachts ganz intensiv macht, auch nochmal im kleinen Format. Das heißt, er verdaut dein Frühstück und kurz bevor die nächste Mahlzeit kommt, wenn das Frühstück verdaut ist und die neue Mahlzeit noch nicht gegessen wurde, dann hat dein Körper Zeit, weil die Organe jetzt wieder leer sind, sich um das Arma zu kümmern. Und wenn du die ganze Zeit immer wieder zwischendurch isst, dann ist er eigentlich nur mit Verdauen beschäftigt, er wird das, was du isst, niemals so gut verdauen, wie wenn du regelmäßige Essenszeiten hast. Und vor allem wird er keine Zeit finden, sich dann auch noch dem Arma zu widmen. Das ist im Übrigen auch der Sinn vom Fasten. Und der Grund, warum es den Leuten danach so gut geht und warum sie sich so fit fühlen und warum sie manchmal fast zehn Jahre jünger aussehen, wenn sie gefastet haben, ist eben genau der. Der Körper bekommt einmal oder zweimal im Jahr einfach eine Zeit, in der er sich nur einzig und allein um das Aufräumen der Abfallstoffe kümmern darf. Nächster Tipp. Kurz, einfach und knackig. Der Vormittag eignet sich am besten für alle Arbeiten, bei denen du deinen Geist anstrengen musst. Und jetzt sind wir schon wieder beim Essen angekommen, denn nachdem du den Vormittag mit Tätigkeiten im Geist verbracht hast, eventuell, kommt das Mittag Essen. Und das kommt im Idealfall, wenn die Sonne ihren Höchststand hat, also zwischen 12 und 1. Denn dann ist die Verdauungskraft am größten. Und im Ayurveda ist es empfohlen, dass wir mittags, wenn unsere Verdauungskraft am größten ist, auch die größte Mahlzeit zu uns nehmen, die dann auch die schwerste Mahlzeit des Tages sein sollte. Übrigens ist das Mittagessen auch wieder ein guter Moment, um festzustellen, ob und wie viel Armer du im Körper hast. Ein ganz klassisches Symptom dafür, dass zu viele Abfallstoffe im Körper gestaut sind, ist nämlich, wenn du nach dem Essen total müde wirst. Wenn du nach dem Essen müde wirst, hängt das damit zusammen, dass dein Körper erstens nicht 100% seiner Energie zum Verdauen benutzen kann, weil einfach zu viel Armer da ist und diese Energie deswegen nicht durchkommt zum vollständigen Verdauen in deinem Verdauungssystem und da dein Körper ja immer motiviert ist, sein Bestes zu geben, versucht er also ganz ganz viel Energie überall anders in sich selber abzuziehen und alles in die Verdauung zu stecken und das ist dann der Moment in dem du schwer wie ein Stein und müde wirst nach dem Essen Okay, nach der Mittagspause kommt natürlich die zweite Hälfte des Arbeitstages Wenn du kannst, ist es günstig, nachmittags der körperlichen Arbeit nachzugehen denn Bewegung baut Stress im Geist ab und beruhigt ihn und wenn du am Vormittag geistig sehr aktiv warst, dann ist das im Prinzip genau das, was wieder ausgeglichen wird, wenn du am Nachmittag tendenziell eher körperlichen Aktivitäten nachgehst. Außerdem hast du jetzt schon ein ganzes gutes Stück deines Tages hinter dich gebracht und hast vielleicht auch gar nicht mehr so viel Energie und vielleicht auch nicht mehr so einen frischen Geist, um jetzt noch schwierige Denkaufgaben zu lösen. Und du hast den Vorteil, dass wenn du Feierabend machst, du eben schon von deinem Denkstress auf der Arbeit ein bisschen Abstand nehmen konntest und dementsprechend nicht mehr so viel Arbeit für zu Hause bleibt, um diesen ganzen Stress loszuwerden. Idealerweise nimmst du dein Abendessen um 18 Uhr ein und noch idealerer Weise nimmst du dir vor dem Abendessen nochmal so naja 20 Minuten 30 Minuten Zeit um irgendeiner ruhigen angenehmen Sache nachzugehen um deinen Tag zu reflektieren um zufrieden zu sein dass du die Füße hochlegen kannst und so weiter also Abendessen im besten Fall um 18 Uhr unbedingt jedoch maximal bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen dein Körper will sich nachts erholen und er will das Arma abbauen das habe ich ja jetzt schon erzählt und das bedeutet wenn du abends noch isst beziehungsweise wenn du richtig viel isst dann ist dein Körper nachts so sehr mit Verdauen beschäftigt weil die Verdauungskraft nachts eigentlich für Essen überhaupt nicht da ist und auch nicht vorgesehen ist und das heißt der braucht für alles was du nach 18 Uhr isst ungleich viel mehr Energie das zu verdauen als wenn du das zum Beispiel am Mittag gegessen hättest und diese Energie wiederum fehlt dir dann um nachts diese Abfallstoffe abzubauen naja und dann entsteht wieder der Nährboden für Krankheiten und dann ist der Tag eigentlich schon wieder fast rum alles was jetzt noch bleibt ist das Einschlafen im Ayurveda hat man festgestellt dass der Schlaf vor Mitternacht der wertvollste ist du wirst nie genauso am nächsten Tag aufstehen wenn du nachts um drei ins Bett gegangen bist wie wenn du um 22 Uhr oder gar um 21 Uhr ins Bett gegangen bist und dann eben top fit im Idealfall wie gesagt für mich gilt es nicht aber das muss jeder selber entscheiden im Idealfall dann früh um sechs aufstehst und obwohl wir jetzt schon durch sind mit dem Tagesablauf habe ich trotzdem noch einen super wichtigen Punkt auf meiner Agenda unterdrücke niemals nie 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 mal deine Bedürfnisse warum liegt auf der Hand deine Bedürfnisse und damit meine ich die Bedürfnisse die jeder von uns hat nämlich groß machen oder klein machen oder rülpsen zum Beispiel oder furzen das sind alles Sachen die dein Körper nicht mehr haben will und die einfach raus müssen und zwar in dem Moment in dem du merkst dass du mal schnell pullern musst dass du mal groß machen musst dass du aufstoßen musst und so weiter deine Bedürfnisse zu unterdrücken ist im Prinzip wie dein Arma im Körper festzuhalten und das gleiche gilt übrigens auch für Gefühle die Beschreibung des Tagesablaufs war ja jetzt eher sehr körperbezogen aber wie gesagt im Ayurveda sind Körper und Geist nicht getrennt und abgesehen davon ist es natürlich auch auf seelischer Ebene immer möglich Bedürfnisse zu unterdrücken nicht auszusprechen und sich damit zu schaden das ist was was du in der zweiten Staffel in Macht und Macht Spielchen und Gefühlsduselei schon gehört hast von mir und ja last but not least wenn du Wasser trinkst auch tagsüber und das kann ich wirklich nur sehr 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 empfehlen dann unbedingt ohne Kohlensäure ich weiß das ist jetzt schon wieder mega uncool weil du musst ja jetzt schon früh das warme Wasser trinken wie eklig ist das denn und jetzt auch noch Wasser und ohne Kohlensäure den ganzen Tag aber je mehr Wasser du deinem Körper gibst umso mehr Möglichkeit gibst du ihm Energie aufzubauen Energien zu halten sich zu stabilisieren und die Ecken in deinem Körper zu putzen von denen er sieht dass du zu viel arm herum liegt und mit diesem Wasser was du trinkst über den Tag verteilt und ohne Kohlensäure kann er das dann auch alles ziemlich leicht nach draußen transportieren was sonst vielleicht einfach liegen bleibt und damit ist unser Tag bzw. der ayurvedische Tagesablauf zu Ende und ich komme zum Mantra der Woche klein aber oho Übrigens wenn du sicher sein kannst dass dein Körper sich an die Umstellung gewöhnt hat dann fühl nochmal rein und wahrscheinlich wirst du dann auch schon ein Bauchgefühl dafür haben ob du vielleicht lieber eine halbe Stunde mehr schläfst oder eine Stunde weniger oder so und danach kannst du dich dann auch richten und das ist übrigens auch einer der Gründe warum wir uns in der ersten Staffel so viel mit Intuition beschäftigt haben das Ayurveda ist super und es wird dir wirklich wirklich weiterhelfen um dich selbst zu heilen zu stabilisieren und das Maximum an Energie aus dir rauszuholen aber ja da ich ja nicht bei dir sein kann bist du darauf angewiesen dich da reinzufühlen und rauszufinden was davon auf dich zutrifft und was dir am besten hilft und wie du die Dinge in deinen Alltag einbringst und das ist ja eigentlich auch in Ordnung so weil kein Arzt und kein Therapeut dieser Welt ähm tiefer in dir drin steckt als du selbst und dich auch nicht so gut kennt wie du dich selber kennst ist es also super super wichtig dass du dieses Bauchgefühl für dich entwickelt hast und auch weiterentwickelst weil im Ayurveda eben immer auch viel über Ausprobieren läuft gerade wenn du mehrere Elemente in deinem Körpertyp enthalten hast ich wünsche dir viel viel Spaß beim Ausprobieren des ersten ayurvedischen Tricks mich würde ja interessieren nicht alles auf einmal such dir das chilligste für dich raus fang damit an probier es und wenn das gut läuft und Teil deines Alltags geworden ist dann such dir einfach die nächste Sache aus das beugt das beugt Überforderung und Frust vor und sorgt dafür dass du diese Dinge tatsächlich auch beständig in deinen Alltag integrieren kannst das war es erstmal wieder von mir für heute und wir hören uns wieder in zwei Wochen wenn die nächste Folge von Burnout von der Leichtigkeit des Seins online geht bis dahin wünsche ich dir einen tollen super super schönen Start in den Frühling und dass du so viel Ama wie möglich verlieren kannst denn jetzt in der Zeit in der das Frühjahr sich einstellt ist der Körper ayurvedisch betrachtet besonders bereit alles Ama ganz 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 schnell auszusortieren und loszulassen bis zum nächsten Mal ich freue mich drauf deine Susi bis zum nächsten Mal